Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Testbericht von Tennis Warehouse Europe. Ich durfte über die letzten Monate den neuen Adidas Barricade Schuh für euch testen, werde euch anschließend ein bisschen was über den Schuh erzählen. Das neuesten Modell der Adidas Barricade Reihe verfügt über eine neue Mittelfußplatte, deren innovatives Torsionskonzept für jede Menge Stabilität sorgt. Für einen sicheren Halt verfügt der Schuh über ein integriertes Schnürsystem. Durch die AdiWare-Gummimischung in der Außensohle wurde die Haltbarkeit im Vergleich zu den Vorgängermodellen noch einmal verbessert. Für den ultimativen Komfort ist der Schuh im Fersenbereich mit dem Geofit-System gepolstert und verfügt über eine neu entwickelte Neoprenlasche. Die Bounce-Technologie in der Zwischensohle sorgt für eine komfortable Dämpfung und liefert eine hohe Energierückgabe. Durch die asymmetrische Schnürung und dadurch, dass die Lasche mit dem Schuh verbunden ist, hatte ich ein extrem sicheres Gefühl im Schuh, weil man den Schuh extrem eng binden kann. Außerdem bietet der Schuh extrem viel Stabilität, besonders wenn man sich an der Grundlinie seitlich bewegt. Obwohl der Schuh extrem viel Stabilität bietet, fühlt er sich am Fuß nicht schwer an. Durch die extrem gepolsterte Ferse hatte ich in diesem Bereich überhaupt keine Probleme mit Blasen. Ich würde euch trotzdem, gerade wenn ihr den Schuh einlauft, empfehlen, am Anfang etwas höhere Socken zu tragen, da ich besonders im vorderen Knöchelbereich einige Wundestellen hatte. Die Zehnbox bei diesem Schuh ist insgesamt etwas breiter. Das heißt, auch wenn ihr einen etwas breiteren Vorderfuß habt, ist der Schuh immer noch bequem. Solltet ihr einen relativ breiten Mittelfuß haben, müsst ihr den Schuh leider etwas länger einlaufen. Durch die Konstruktion im Mittelfuß hatte ich hier doch einige Probleme und musste den Schuh etwas länger einlaufen. Der neue Adidas Varricade Schuh ist für alle perfekt, die einen Schuh mit extrem guter Stabilität suchen. Wenn ihr Schuhe bevorzugt, die euch extrem viel Stabilität bieten, werdet ihr dieses Modell lieben. Wenn ihr bereits ein Fan des alten Varricade Modells wart, dann empfehle ich euch auch die neue Version des Schuhs. Vielen Dank fürs Zuschauen. Besuche uns jetzt online auf www.tenniswarehouse-europe.com